was geht ab leute damit herzlich willkommen zurück zu minecraft mit black monster gaming wir haben hier alles ja ich muss erst mal noch mal hier gucken kann ich hier soll es anbauen ich könnte eigentlich den garten langsamer anlegen wenn ich schon mal dabei bin ja alles platz machen wo man sich nicht dann nehmen wir nämlich ein bisschen und machen doch direkt den garten bereits perfekt machen wir hier noch ein bisschen garten rein damit man ja auch noch genug garten verfügung haben das wieder irgendwo unterfliegen das wollen wir nicht deswegen ein bisschen aufpassen ja das ist ein garten der lässt sich sehen denke ich mal auf jeden fall dann kurz moment so mal gucken ob ich noch genug für eine hacke habe ich glaube war fast nichts oder doch habe ich zumindest ja ich habe noch zu ja sehr gut und dann wäre das wohl so ja hier wieder hacke sehr schön ich hätte natürlich noch mehr wenn ich nicht darunter gestoßen worden wäre da ist jetzt schon wieder dunkel der kirchweiß mit dem verkaufen ob ich den kirchweiß dann auch richtig anbauen kann so und jetzt in kirchweiß hier hin und dann okay so geht es auch wie sieht sie mit einem weizenkörner kann ich damit was machen ja noch mal zweimal haben und machen dann direkt haben wir noch viel viel mehr aber nämlich noch viel mehr weiter weitere weizen können hat immer noch anbauen können sehr gut anwachsen herr gott noch mal perfekt bräuchte ich eigentlich noch einmal dann noch mal kurz okay vergesst wir erst mal den einmal für das erste da muss ich gucken wir hier irgendwie anders was er hinbekommen ich gucke noch mal wie ich muss mal gucken ob man hätte es hier auch irgendwie bearbeiten kann wir arbeiten kein effekt hat keinen effekt okay hier wachs ist alles schön weiter ich erschrecke mich mehr als bautlas halt bis drunter geflogen bringt mir alles nix wenn du drunter fliegst scheiß denkt das kleid dann weil ich in die runde fliegen dann muss ich wohl noch ein bisschen weiter zu suchen die gt von ronne hier geht ja hier runter zu meinen freunden mal gucken ob ich hier vielleicht noch was finde jetzt kohle mehr alles nix wenn ich hier nix ja ich denke mir geht es ja alles nix wenn du das bringt mir alles nix das bringt mir alles nix hier also ganz ehrlich gesagt also ihr könnt auch gerne in kommentare schreiben auch die leute die jetzt keine minecraft gleich selber machen hatte ich hier gerne sehen würde was ich hier was ich hier so bauen so könnt ihr mir gerne schreiben will ich gerne bereits den folge zu leisten überdenken dass er jetzt auch wieder kaputt gegangen ja super müssen wir ja ein neues machen ich weiß ja gerne bringt er wird die daneben zu stellen diese weil ich das hat gerne ich brauche jeden fall wieder holz heute habe ich nämlich doch ich habe holz noch wenn ich hier noch das machen so und dann bruchstein habe ich ja auch noch kann mache ich das hier und jedes Jahr so perfekt wie gesagt hier bringt mir das alles nix und daher vielleicht mal schauen sollte vielleicht nur dran ob ich hier runter kann ohne mich zu verletzen moment mal das feuer stein das müsse und müsste so verbringen hier hier habe ich mir ganze können habe ich kein feuer stein dabei rauskommt das alles nix da haben auch noch aber vorher stein ich glaube ich kann es nix machen so lange ich hier oben bin ja ich sollte vielleicht nicht verziehen ja ich sollte mich verziehen ich sollte mich verziehen dafür das erste weil es bringt mir hier gar nichts mehr ich habe nämlich fast keine energie mehr und ich brauche kriegs ganz ganz dringend zu essen ich habe jetzt zwei feuer stein da müsste eigentlich verbringen oder wenn man ein feuer stein kommt aber auch noch eine eine zu anscheinend okay es war zu essen so ein totaler feld wollte dass wir hier können doch mal bisschen erwachsen weil es dort hier aus glas entsteht das muss ich mal kathie gucken irgendwie kühle oder so hier haben wir ja schaffe hier sehr gut dreimal perfekt dreimal fleisch das ist sehr sehr gut das machen wir uns auch direkt mal dann haben wir auch hier genug energie noch mal kurz im moment ja ich bin ja auch doof brauchen eisenherz brauche ich ja auch eisenherz habe ich leider nicht mehr da muss ich noch weiter suchen erst mal abwarten bis das essen fertig ist und dann gehen wir auch weiter natürlich gar nichts hier ja da kann auch mal weg hochstein lassen wir mal hier drin so perfekt wie sieht es aus hier so am wachsen sehr gut das eisenerz bau ich da sollte ich jetzt eine frage wo hat das herbekommen aber könnte natürlich sein dass ich da hinten her bekomme ich bin auf jeden fall schon mal gut bedient war mal kurz und aufpassen wenn die uhr wir machen will nur mal kurz wollte ich die uhr machen und zack ich brauche eisenherz bau ich eisenherz bau ich leute ich brauche kein kein bruchstein bringt mir alles nichts und jetzt wird doch schon wieder dunkel ist eine scheiße ist das eine scheiße ich glaube ich habe eisenherz gefunden und eisenherz ja ist eisenherz toll prima ist jetzt sehr viel weil ich jetzt wieder zurückgehen muss naja ich freue mich ein bisschen länger ich hätte das schon weil ich erstmal zurückgehen muss und wir dann hin muss so und jetzt ja wieder rüber genau brennt ihr scheiß skelette brennt hier unten auch heißen herz finden könnte ich weiß es mal sind sie dort skelett ist ein tod zu sein ok gut 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 da gehen wir mal rüber wie gesagt hier ist ein bisschen ja ich weiß nicht ich glaube der ganzen situation jenner ist hier sehen sandstein okay guck mal hier was finden noch ein eisenherz ich glaube der persönlich mal nett aber ich glaube ich gerne eines eines anderen besinnen sag ich mal so ist bisher aber hier sind hier sind aufsächlich naja muss dann haben wir nur sonst alles weiß stein ist deswegen wenn man das sand sandstein abstand stein tut nicht ohne fahren und da ist hier noch mal ja natürlich auch stecke gebäude bestimmt mal mit sandstein naja nehmen wir doch mal mit nun mal ist mit jana leisen hat wollte darf sich verstecken wollte der eisenerz sich verstecken das ist sehr wohl nicht gerade schön würde ich mal sagen aber ich habe eisenerz genug müsste eigentlich genug sein um ein eimer zu machen weil ich will ja ein bisschen wasser um die ganze sache rum machen ganz ein bisschen zu beschleunigen weil das so ein bisschen dass hier den garten heute so ein bisschen zu bearbeiten mal gucken ein eisenherz eisenerz ja 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 müssten eigentlich drei eisenblöcke müsse geben dann habe ich hier ja noch ein Sandstein, den tun wir auch mal hier rein. Bruchstein, Bruchstein, du musst auch mal da rein, so. Reet, nee, tun wir mal hier, nee. Warte, hier? Nee. Sagen wir mal. Gieß Bruchstein an der Reet. Nein, so. Brauchstein dahin, so. Und dann Sand noch weiter gehen. Nur mal dahin, damit, falls ich wieder in die tiefe Stürze so doof bin und wieder in die tiefe Stürze, ich glaube wenigstens... Nein. Moment. Okay, weiß ich ja jetzt Bescheid. Das war so, war das. Nein. Das war so. Genau, einmal. Perfekt. Und dann... Und dann... Mal mal schon mal dabei sind, nehmen wir den Bruchstein nochmal raus. Und machen uns noch einen neuen... Neu Spitzhacker. Neu Steinspitzhacker. Neu Steinspitzhacker. Und jetzt können wir uns eigentlich in der Nähe vom Wasser, können wir uns eigentlich mal Wasser holen. Wenn wir doch schon mal dabei sind. Äh, einmal dahin. So. So, mal gucken. Perfekt. Perfekt. Ha! So, noch nicht genug Wasser, wie ich merke. Muss noch mehr. Muss noch hin. Noch mehr. So. Noch mehr Wasser muss dahin. Noch mehr. Noch mehr Wasser muss dahin. So. Noch mehr Wasser. Wenn hier noch so Farmer, den ganzen Wasser hier. Also noch nicht ganz so, wie ich habe. Ich glaube, mehr Wasser. Mehr. Das ist okay. Ich hole ja noch mehr Wasser. Da ist dann hin und her gelaufen. So. Das dürfte aber jetzt fast schon reichen. Das dürfte aber jetzt reichen, komm. Das reicht jetzt. Kommt, das reicht. Das reicht jetzt. Na ja, kann man nämlich hier so ein bisschen abbauen. Ja, so, passt. Ja, hier ist es ja schon schön. Ich habe mich gehört einfach, dass man hier nicht wirklich sieht, wenn man langläuft. Das ist da wirklich schön. So. Das entwickelt sich alles. Da hinten ist ein Fledermaus. Und Bruchstein, könnte man natürlich noch ein bisschen weitersuchen. Aber ich weiß nicht, ob man das rechtzeitig schaffen müsste, so ein Sonnenuntergang. Aber wir könnten das schaffen. Deswegen gehen wir mal da hinten hin. Ich habe natürlich die Tür zur Hölle aufgemacht jetzt. Also. Ah. Vor allem habe ich die, glaube ich, das Wasser hier ist hineingelassen. Wenn das noch schlimmer ist. So. Nein, ich habe nicht da da irgendwie Bruchstein oder so. Äh, Eisenerz noch drin ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bezweifle. Irgendwie. Anreisenärzte hier. Dann ist die Uhr ausgegangen. Perfekt vorbereitet heute, man merkt jetzt, so. Black Browser Gaming. Der best vorbereiteteste Let's Player überhaupt. So kann man mich auch, kann man mich irgendwann vorstellen. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, hier gibt es, gibt es keine Eisenerz mehr. Äh, dann machen wir uns aber noch einen Weg drüber. Kann man schon über Erde haben. Um das. Das ist hier kein Wasser mehr. Das ist schon mal ganz watzig. Ne, das sieht, das sieht man aber nicht danach aus und es wird auch schon wieder dunkel. Ich werde jetzt noch ein, ein kleiner Kundustour gleich machen, aber dann glaube ich, werde ich es auch schon wieder sein lassen. Weil jetzt wird glaube ich, äh, ganz schlau sein, wenn ich das so mache. Zack. Wollen wir mal schauen. Wollen wir mal schauen. Dann war vielleicht hier noch ein bisschen was finden. Gehen wir mal in die andere Richtung. Gehen wir mal hier lang. Wir waren sonst immer überall. Aber hier waren wir bis zu 100. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo noch eine Stelle, wo ich noch nicht war, wo es Eisen gibt. Wo es massig an Eisen gibt oder so. Zum Beispiel hier unten. Eisenerz, wo sie sagt. Ja, ich habe jetzt keine Fackel. Wollte ich eine Fackel. Okay, tun wir erstmal Fackeln herstellen. Habe ich noch? Ich habe noch was. Da kann ich wenigstens noch ein paar Facken ganz schwer machen. Die erstellen, bevor ich da runter... Wo ich da runtergehe. Hier. Nehmen wir das daraus. Ähm... Ja, nochmal, dass hier immer was hat. Aber wenigstens genug. Und ich kenne mich... Ich traue mir ja jetzt selber nicht mehr. Deswegen tue ich die ganzen Sachen ja einfach mal wieder dahin. Weil ich traue mir selber nicht mehr. Ich traue mir selber nicht mehr in der Sache. Deswegen schauen wir einfach mal hier hinten noch ein bisschen was abgebaut bekommen. Und dabei noch gut aussehen. Dafür sind wir da. Gut auszusehen. Und wenn wir mal ein Netz so wirklich schaffen, darüber zu finden... Ja... 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 Sehr schön. Hier ist auf jeden Fall hier Eisen. Meine Güte, Eisenerz hier. Voll drauf, ey. Genug Eisenerz. Jawohl. Jawohl. Dann nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit, komm. Hier mal auch nochmal ein bisschen... Kohle, die nehmen wir auch nochmal mit. Wie ist mir ist mir aufgefallen, die Kohle geht mir nämlich auch langsam aus. Deswegen nehmen wir die hier jetzt auch mal mit. Damit wir es wieder sagen können. Genau. Mutter, der Mann mit dem Kux ist da. Oder Mutter, der Mann mit der Kohle ist da. Na ja... Wie gesagt, die Staudi ja ganz besonders. Ja... Wer meint, das schafft man halt noch, alles abzubauen, bevor das kaputt geht? Jawohl. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir nochmal ein bisschen Eisenherz, haben wir gesammelt. Eisenherz ist immer richtig. Wenn man hier in Minecraft überleben möchte. Äh... Hier. Eisenherz, genau. Ja. Und das auch noch rein. Perfekt. Und wenn man schon mal rein... Ich habe, glaube ich, kein Holz mehr, oder? Nee. War, komm. Dann machen wir gerade noch schnell. Haken mal ein bisschen Holz ab. Das ist ja noch da, ist ja nicht so, als wenn nicht genug da wäre. Das ist ja nicht so, als wenn nicht genug da wäre. Perfekt. Ne, keine Erde, hier. Das wäre ich doch. Brauche ich auch, hier was zu essen. Das ist so das Problem hier, weil... Das ist so das ganze Problem hierbei. Äh... Ja, müsste wieder... Das ist so... Das ist so... Das ist so... Das tut mir die nämlich schon mal weg. Dann haben die schon mal neu. Ja, ich bräuchte wieder da zu essen. Und ich habe hier nix. Schlimm, schlimm, schlimm hier mit dem Essen bei Minecraft. Ja, da... Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Euch scharfe, obwohl ich da antiert nicht an. Weil ihr seid meine... Unendliche... Äh... Wollensammlung, seid ihr. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich bekomme hier in der Nähe kein... Doch, da hinten sind Kühe. Kühe, ich muss euch gerade mal töten. Ich muss euch gerade mal muten. Nein. 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 Ah. Nein. Ich habe auch ein bisschen an... Wie heißt es, Leder? Da könnte man bestimmt irgendwas draus machen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber das war mein nächstes Badmauer. Jetzt muss ich erst mal sehen, dass ich nach Hause komme, weil ich bin so schwach jetzt. Ich brauche echt essen. Wie im Real Life gerade. Bin so schwach, da ich war zu essen. Äh... Gut. Wollen wir mal hier noch reingehen. Wenn das hier kommt, man nicht wegmachen. Ja. Tun wir noch kein Tee, das hier weg. Obwohl, tun wir das Eisen gerade mal hier nehmen und das Fleisch braten. Wir haben mal neunmal Eisen, wir haben achtmal Leder. Da könnte ich eigentlich kurz... Moment. Ja gut, habe ich gerade gesehen. Ich baue noch ein bisschen. Ich baue noch ein bisschen an... an... Dingern, weil ich hätte jetzt gerade mal für... für... ein bisschen was an Sachen. Aber hier ist nicht wirklich was, was ich gebrauchen könnte. Ich könnte jetzt sozusagen... äh... Ja, meine Brust könnte ich... Könnte ich mit Leer machen. Ich bin nicht eine Frau da drin. Ich hoffe mal nicht. Äh... Ja, und ansonsten... Können bestimmten Eisens Schild oder so könnte ich machen. Das gucke ich aber offline nach. Fünfmal, dann nehmen wir uns schon mal. Ach... Sag mal, das auch noch ab und dann habe ich das ja fertig. Und dann kann ich die Aufnahme beenden. Wunderbar. So, perfekt. Fünfmal Fleisch noch. Ja gut, da würde ich sagen, dann mache ich jetzt hier ein Kleinbreak. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir auf der rechten Seite ein Abo da lassen. Daumen nach oben. Teilt es mit Freunden und Bekannten. Und dann sieht man sich natürlich beim nächsten Mal bei Minecraft wieder. Bis dahin. Und... Tschüss.